hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge simo trans jetzt ist mir hier wieder mit f9 das informationsfenster aufgekloppt aber es macht nix wir machen dort weiter wo wir gestern stehen geblieben sind ein bisschen geld haben wir noch und jetzt habe ich mir überlegt wir gehen mir am sinnvollsten vor bis wir ja mal hier irgendwie erahnen können was wir hier finanziell einnehmen wir können auch mal in die finanzen gucken was uns die eisenbahn bis jetzt kostet aber erstmal wieder zu meinem running gag mit der stoppuhr die eisenbahn kostet uns im laufenden betrieb 4955 das heißt wir müssen auf jeden fall gucken dass wir die kosten erstmal reinholen das ding fährt jetzt leer das erste mal sind hier schon fahrgäste ja 15 stück okay dann kriegen wir den auf jeden fall schon mal voll jetzt ist natürlich die frage wie wir die auslastung auf dieser linie oder auf dieser kurzen strecke die wir da jetzt haben noch ein bisschen ja verändern können quasi also dass wir da mehr fahrgäste drauf kriegen und habe ich mir überlegt werden wir als nächstes framersbach in angriff nehmen dazu öffnen wir uns hier wieder die öffnen wir uns hier wieder das stadtfenster kopieren uns namen einmal raus damit das alles schön so bleibt wie es ist und dann gehen wir in die öffentliche hand und werden uns die stadt erstmal wie es gestern gezeigt habe in der ersten folge mal zusammen basteln so jetzt müssen wir erst mal wieder herausfinden welcher block der ist den wir brauchen damit wir framersbach dort gelöscht bekommen und da gehen wir einmal in den editor und dann werden wir hier mal das rathaus bauen so gucken wir mal das war framersbach jetzt haben wir hier bad harzburg wollen wir aber gar nicht wir machen das hier alles wieder weg werden die kreuzung wieder so anlegen wie sie vorher auch war also das hier alles weg und einmal hier mit dem stadtstraßen baumodus da verbinden und dann werden wir uns hier das rathaus hinsetzen habe ich natürlich nicht geguckt wie viel einwohner das städtchen vorher hatte aber ich denke mal dass wir hier mit dem 491 gut hinkommen sondern werden wir hier diese straße hier werde ich weg machen die mag ich nämlich nicht haben da und das werden wir hier mal so ein bisschen mit der stadtstraße hier runter schon mal verbinden dann machen wir das hier noch weg und werden dann hier dass das ein sauberer block wird einmal das ganze so umschließen so jetzt haben wir hier widmund das benennen wir natürlich noch mal um steuerung v die 1 dahinter damit wir wissen okay die stadt haben wir schon mal bearbeitet und jetzt werden wir ganz einfach einen bus nehmen und werden diesen bus hier zu diesem bahnhof erstmal nur hinjagen und das machen wir so lange mit allen städtchen die in der umgebung noch sind hier unten können wir auch noch zwei städtchen glaube ich so anschließen jetzt ist musikwechsel gerade eins und zwei städtchen anschließen so dass wir die bahnlinie hier erst mal finanziert bekommen ich glaube das ist eine ganz gute methode ja sollte ich vielleicht aus der öffentlichen hand rausgehen und ich glaube mit der methode können wir das erst mal ganz gut hin hinbekommen ziehen wir uns das linienfenster mal hier drüben in der ecke nervt es uns nicht dahin und dann müssen wir uns das baumenü einmal aufmachen wir müssen auch erst mal die bushaltestellen hier basteln so hier haben wir eine relativ easy angelegenheit was die abdeckung betrifft zwei stationen und dann fährst du zum bahnhof runter so du startest auch hier im bahnhof dass du von dort auch gleich fahrgäste unter umständen mitnehmen kannst du wirst dann hierhin fahren mit der rückfahrkarte das ganze und das wird dann erstmal unser fernbus von raststede stede bis nach steuerung v framersbach ist das ok wunderbar dann starten wir den und dann haben wir jetzt hier schon mal die möglichkeit mehr fahrgäste hinzubringen wobei wir jetzt auch schon sehen dass wir das problem bekommen dass dort mehr fahrgäste sind als in dieses fahrzeug überhaupt reinpassen wie wir gehen da rein 75 ach nee da ist noch platz drin okay ansonsten der schienenbus hat ja den schönen vorteil dass über dem schienenbus einfach nur einen beiwagen anhängen der ganze ecke günstiger ist als der schienenbus selber können hier auch noch mal nachschauen alle veraltete anzeigen alle anzeigen mal aus hier da haben wir den schienenbus der kostet 65.000 und 4 15 im dienst ja ihr wisst schon was ich sagen will und das ist der beiwagen der kostet 3 41 und da gehen auch noch mal 75 fahrgäste rein wenn wir das als einzug dann nachher zusammen schließen soll der bus der kommt ich werde nachher irgendwann bestimmt auch mit der post anfangen die post wird aber hier wahrscheinlich über die straße sinnvoller sein das werden wir aber das werden wir aber mal schauen so ja wir können mal mit den klimazonen bisschen rum experimentieren das können wir in öffentlichen hand mal machen damit wir das mit dem wald mal geklärt haben und zwar wenn wir hier da nicht im editor auch nicht wo man die klimazonen hier waren die klimazonen und zwar haben wir hier mittelmeerklima gemäßigtes klima und tundra mittelmeerklima tropenklima ist schon ein bisschen heller also eher dort hier und dann haben wir hier das gemäßigte klima das können wir hier oben so mal ein bisschen dann haben wir das mediterrane klima haben wir dann unten und dann eine höhe oben drüber fangen wir dann hier mit dem gemäßigten klima an das ist ein bisschen friemel arbeit ja das passt doch soweit ein bisschen aufpassen dass wir nicht übertreiben aber soweit passt das so können wir hier die erste stadt schon mal so ein bisschen an ein klima anpassen haben wir hier natürlich die schräge die wir nicht mehr sehen da werden wir einfach mal hier so rüber ziehen das passt alles soweit da unten und dann müssen wir hier die schrägen natürlich auch noch an das klima anpassen so dann machen wir hier die ecke noch hier einmal rüber zack so dann haben wir das erste städtchen in der neuen klimazone da können wir das mit dem bald auch gerade ausprobieren jetzt muss ich nur gerade überlegen wo der wald war war da hier nein da auch nicht wo war der wald irgendwo konnte man irgendwo war aufforsten mal gucken hier irgendwo war das aufforsten ding ich habe das doch neulich noch entdeckt gab das aufforsten abriss werkzeug ist auch nicht ist es hier nein 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 natürlich nicht wie könnte es ich habe so ich habe das doch neulich es gesucht hat da da ist das aufforsten okay dann forsten wir hier mal ein bisschen auf kommen wir hier so ein bisschen machen da sehen wir auch dass hier jetzt andere bäume sind als die wo wir hier haben da sind birken und diese akazien dinger mehr also können wir mit dem mediterranen mit dem kommunen klima hier so ein bisschen mehr machen kann im wald aber ruhig hier so ein bisschen auch rüber dann sieht das alles ein bisschen schicker aus wir wollen ja auch ein bisschen schön bauen in der hinsicht so dann gucken wir jetzt mal hier der bahnhof ist jetzt überfüllt das ist jetzt an dem bahnhof erstmal egal weil der keine abdeckung hat das ist quasi nur ein umstiegsbahnhof bei dem bahnhof hier unten wird das aber interessanter weil dem müssen wir ausbauen weil das der auch einzugsgebiet hat und im einzugsgebiet werden sonst keine neuen fahrgäste generiert gucken wir mal auf unsere finanzen noch mal wieder diesen monat wir haben einnahmen von 1179 das reicht noch nicht mal für die betriebskosten gerade aber der bus der fährt jetzt auch schon die erste tour dort hoch und dann sollte das auch langsam wird werden können nicht spulen tun wir nicht viel lassen das mal einfach so laufen weil sonst zeit zu schnell herum geht weil wir sehen ja hier unten die zeit läuft relativ schnell ich glaube das sind 21 bits da kann ich mich aber auch irren machen wir mal die abdeckung aus hier und können wir auch mal aufs stadtwachstum schauen ob wir da schon wachstum haben wachstum haben wir ja natürlich 279 prozent das ist jetzt natürlich alles ein bisschen übertrieben was aber damit liegt dass ich steht hier alle erst gegründet worden sind auf jeden fall haben wir auch schon die verschiedenen rathäuser hier nein haben wir nicht bis jetzt alles dasselbe rathaus kann aber auch daran liegen weil ich ja in der in dem packset mit dem ich spiele das mit dem rathäuser mir so ein bisschen verändert habe wie ich es brauchte ich bin ja in der glücklichen verfügung dass ich einen freien zugriff auf das svn verzeichnet von dem packset habe so auf jeden fall wir können mal den speed bonus gucken jetzt habe ich doch vorgespult wollte ich gar nicht auf den speed bonus gucken wie der hier aussieht mindestgeschwindigkeit auf der straße sind 90 kmh die rei erreichen wir auf gar keinen fall weil uns dazu einfach mal die fahrzeuge fehlen alle anzeigen aus auch veraltete anzeigen auch aus 58 schaffen wir gar nicht auf der schiene ist 90 kmh gerade mal so der speed bonus den schafft unser schienenbus nicht aber naja ist ja nicht weiter tragisch erst mal wie gesagt wenn das finanziell nicht passt dann werden wir uns auf jeden fall irgendwo eine fabrik stellen dass das finanziell passt weil ich bin ja auch dadurch benachteiligt dass ich nur fahrgäste transportieren kann obwohl das event ja eigentlich vorsieht dass da die ein oder andere fabrik schon irgendwo ist so dann haben wir einen monat geschafft kommen aus verschiedenen bus hier so macht also einnahmen macht auf jeden fall kann man runde mitfahren und dann werden wir mal gucken ob er denn in der nächsten folge zumindest schon mal hier die nächste stadt mit bus erschließen weil wir müssen auf jeden fall gucken dass wir so viel auslastung auf die strecke bekommen dass sich der eisenbahnverkehr hier refinanziert auf der straße das ist in dem pegset eigentlich unmöglich sich das zum refinanzieren zu bringen weil das so ausbalanciert ist dass der stadtverkehr einfach mal miesen macht dafür ist denn das im eisenbahnverkehr alles ein bisschen höher also wir sehen die einnahmen schaffen auf jeden fall die betriebskosten umso mehr fahrgäste wir natürlich auch hin und her bekommen was wir jetzt ja auch schon wieder geschafft haben muss ich auch noch dazu sagen das kann ich euch auch noch mal erklären warum sind jetzt hier keine fahrgäste gekommen das erkläre ich jetzt noch mal und zwar ist es ja so dadurch dass ich jetzt die dritte stadt angeschlossen habe werden hier ja auch mehr fahrgäste generiert die auch noch mal darüber wollen das heißt erschienen musste wird hier nach und nach der vernünftige auslastung schon bekommen 30 fahrgäste sind jetzt eingestiegen also die betriebskosten haben wir das ja doch das sollten wir auf jeden fall relativ easy hinbekommen dass wir das alles zum laufen kriegen und dann werden wir auf jeden fall mit dem klimazon auch noch so ein bisschen rum experimentieren in den nächsten folgen dass wir die so ein bisschen hinbekommen das werde ich auch mal aufschreiben auf meiner lustigen tafel die ich hier hängen habe und dann denke ich mal wird das laufen wir werden eine buslinie machen wir jetzt gerade noch mal gucken welche städtchen hier als man dorf wenn wir jetzt noch anschließen da können wir nichts verkehrt machen neue linie erstellen dann die bushaltestelle hier natürlich jetzt müssen wir uns erst mal das städtchen hier zurecht friedeln steuerung p ab in den editor und dann wenn man sich statt hier erstmal zurecht friedeln da ist ja relativ easy zu merken wie die stadt aufgebaut ist aber ich glaube ich habe so langsam ich glaube das ist immer dieser block hier der die stadt die stadt symbolisieren soll die wir quasi weg machen müssen nee der was diesmal nicht dann ist es der hier das ist gar nicht so einfach ist es der nein auch nicht welcher ist es denn einmal abreißen hier der ist es okay wunderbar dann machen wir das ganze ganzen rotz hier wieder weg werden das thema wieder überbauen wie es vorher war und die straße lieber vorher nicht da dann war vorher nicht da das war da die beiden waren auch nicht da und dann das hier noch weg machen aber gab mal so hierüber warum uns das so ein bisschen zurecht wie wir es gerne hätten sondern noch mal die stadtstraße in die hand nehmen einmal hoch einmal so so und so und dann setzen uns dort das rathaus hin gründe eine neue stadt das werden wir schön hierhin setzen jetzt ist ein bisschen viel gespawnt machen wir wieder weg hier alles weg stadtstraßen lassen wir da wo sie sind und dann können wir das hier so lassen wie wir einmal haben wir 456 dann können wir jetzt den bus in die hand nehmen da war er die neue linie die nehmen wir natürlich die wir hier gerade haben jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt wie die stadt hieß es ist jetzt auch nicht weiter schlimm so auf jeden fall das machen wir jetzt in der folge auf jeden fall noch durch hier also wenn wir hier einmal die verkehrte dann fahren wir hier schon mal ein stück weiter raus wenn dann hier noch mal anhalten dann haben wir hier die abdeckung und dann fahren wir da hinten zu dem bahnhof hin werden natürlich in den bahnhof auch starten weil das näher unserem bus depot ist dort dann lassen wir das einfach mal als lüdenscheid beziehungsweise ich werde noch mal auf der karte gucken die im forum steht welche stadt das jetzt nun war und dann lassen wir den erst mal auf linie 5 muss erst mal die stadt raussuchen starten den und dann haben wir das erledigt ansonsten lade ich euch natürlich heute abend um 22 uhr zu unserem live stream hier auf dem kanal ein freue mich über jeden der mit dabei ist dort könnt ihr auch einige von den pixel entwicklern von 192 unter umständen antreffen die sind eigentlich relativ easy verlässlich immer mit dabei wenn ich streame und dann sehen wir seine nächsten folge bis dahin von mir ein gepflegt ist wie immer reingehauen auf wieder schauen und bis zum nächsten mal ciao